Hallo, Hallöchen. Also, wenn die da mir die, wenn die diese Ballons hochlassen, da sehen die nachher da oben weder Sterne noch Mond am Firnament. Das Firnament ist da oben, das ist sogar unten am Meer. Sehen sie da nicht. Da können sie auch nicht drauf landen. Das ist ja eh alles nur ein Spindel von der satanischen Kabale. Aber wie kommen nun der Mond und die Sterne an den Himmel? Also der Mond ist die Reflexion der flachen Erde am Firnament. Und der Polarstern, das ist die Reflexion des Nordpols. Der ist der höchste und da steht immer. Und die anderen Sterne, die da sind, sind die Energiepunkte der Erde. Das sind richtige magnetische Hochenergiepunkte und die werden da oben reflektiert und die leuchten dann. Für uns. So ist das gebaut. Ist eigentlich ganz simpel. Und wenn du dann den großen Bären hast, dann kannst du eine Küstenlinie, eine Küstenlinie, ich weiß jetzt nicht mehr welche das war. Die Bilder sind mir auch verschütt gegangen. Aber wenn du das dann auf die flache Erde drauf hältst, dann siehst du irgendwann die Küstenlinie, eine Küstenlinie und da hast du den großen Bären drauf. Und dann weißt du dann wo die Energiepunkte sind, auch die anderen. Und an den Energiepunkten hat die satanische Kabale, der Vatikan, die USA und der Vatikan, das ist ja ein und dasselbe Viehzeug. Die haben da diese Harbanlagen hingebaut. Diese Berufsverbrecher und Kinderficker. Und die müssen erstmal weg. Aber demnächst sind sie eh alle weg. Gott sei Dank. Wie der Alois Ilmeier vorausgesagt hat. Bin ich mal gespannt, wenn es hier in Deutschland losgeht. Ne, die Energiepunkte und dann ist gut. Dann ist es eigentlich ganz simpel. Das wird dann wieder gespiegelt. Wir sind ja hier in einer Simulation von Leben. In der Matrix sozusagen. Aber manche wollen es nicht glauben, die wollen es nicht sehen, die wollen es nicht wissen. Aber was willst du machen? Man hat immer Idioten um sich. Und ein Idiot ist halt ein Idiot. Da kannst du nichts machen. Der macht aus der flachen Erde eine Kugel. Und aus der Giftspritze eine Gesundheitsspritze. Aus der Todesspritze. Blödheit ist für die Intelligenz. Und Armutreichtum. Ich hab euch lieb alle. Denkt dran, das sind die Energiepunkte der Erde da oben.